Hallo zusammen, mich hier ist wieder heutzutage und wieder für euch in Dragonflight Nrx. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountcat präsentieren. Heute soll es mal wieder um einen Mount aus dem Handelsposten gehen und dementsprechend schauen wir uns heute den Handelsposten im Dezember 2023 an. Als allererstes brauchen wir natürlich ein paar Punkte, um das Ganze kaufen zu können und dazu können wir einmal hier unten unter den Abenteurerführer reinschauen und dann haben wir hier einmal einen Balken, den wir auffüllen können. Aktuell sind es 1000 Punkte, die ihr erwirtschaften könnt und die kriegt ihr dann auch als Devisen. Es sind wieder alle möglichen Sachen drin, auch diesmal ein bisschen Special-Zeug rund um das Geburtstagsevent, das aktuell läuft. Dann gibt es noch zusätzliche Geschichten für Silvester und auch Weihnachten tatsächlich, die mit in den Monat reinfallen. Könnt ihr euch ein bisschen durchklicken. Ich habe jetzt ziemlich Basic-Handelsposten-Stuff gemacht, heißt ein paar Arbeitsaufträge, ein paar Dungeons, ein bisschen PvP gemacht, ein bisschen Ruf gefarmt. Ja, ging alles relativ zügig und sobald ihr die Punkte habt, dann können wir nämlich einmal hier in der Kiste in SW unsere Devisen abholen. Das sind die 1000. Und es gibt diesmal als Weekly oder, naja, Monatsbelohnung und so rum ein Pad. Und das lernen wir anscheinend direkt. Das müssen wir gar nicht großartig auspacken. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir es haben. Da haben wir es. Das ist dieser, naja, so schön schaut er eigentlich nicht aus. Das ist irgendwie ein rosa Elch-Baby. Ja, okay. Passt mich jetzt nicht dafür, aber ich finde es ziemlich hässlich, muss ich sagen. Aber es ist ein Mountainmeer. Gut. So, es gibt bestimmt Leute, die es süß finden. Jetzt würde ich sagen, schauen wir in den Handelsposten rein. Für die Leute, die nicht wissen, wo der Handelsposten ist. Einmal als Allianzler in SW im Magierviertel, hier auf den Koordinaten 51, 71. Und als Hordler habt ihr den einmal in Ogrimmar. Und zwar ist er da im Tal der Stärke, etwa hier auf den Koordinaten 48, 75, so rum. Gut. Dann gucken wir rein, was wir heute bzw. den Monat drin haben. Wir haben zum einen ein Schwert hier drin, das hier, was ganz cool aussieht. Richtig schön weihnachtlich. Hier vorne auch ein bisschen angespitzt. Das kostet uns 600 Devisen, relativ teuer. Ist aber jetzt für mich eh uninteressant, erstmal. Das, was wir uns auf jeden Fall angucken wollen, ist hier einmal der Fuchs. Und zwar Karmin Glimmerpelz. Und der kostet insgesamt 600 Devisen. Ich würde sagen, den kaufe ich mir direkt mal. Wenn das Spiel mich lässt. Ah, okay. Das hat ein bisschen geladen. Also das ist schon mal das Erste. Dann, was haben wir als Nächstes? Wir haben dann noch ein Pad. Und zwar Mizi. Das ist quasi so ein kleines Rudolf-Pad. Seht ihr da, mit der roten, glühenden oder leuchtenden Nase. Sieht auf jeden Fall cool aus. Auch das werde ich mir kaufen für 600 Marken. Übrigens für die Mounts. Wir können jetzt mal kurz rausgehen. Und uns das Mount ein bisschen genauer angucken. Also da haben wir das Ding. Packen wir das mal aus. Und können mal aufsitzen. Sieht schon sehr, sehr cool aus. Mount Special können wir auch mal machen. Es gibt übrigens schon diese Art von Fuchs. Das meine ich ein, zwei Mal. Ich meine aus dem Adenwald hat man unter anderem. Hat man unter anderem so einen Fuchs bekommen. Irgendwo war da mal nicht einer dabei. Ah, seht ihr? Hier der grüne Fuchs. Und ich meine es gab auch einen blauen Fuchs. Wenn ich jetzt hier. Der heißt ja irgendwas Glimmer. Okay. Die heißen beide Glimmer. Ich meine es gab auch einen blauen Fuchs. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Vielleicht war das auch ein Shop-Mount. Ich meine da gab es mal einen Shop-Mount. Hier. Seht ihr? Da ist der Fuchs. Fuchs-Familiar heißt das. Ah ja gut. Okay. Dann können wir uns auch mal. Ah, da kommen sie sogar auch, wenn ich Fuchs eingabe. Also zumindest der rote kommt da. Also wir haben den blauen, den roten und den grünen. Die drei Farbvarianten haben wir. Sehen alle relativ cool aus, muss ich sagen. Und ja. Das ist soweit schon mal das Mount. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns noch die restlichen Sachen an, die drin sind. Und ja. Also das Schwert haben wir schon gesehen. Finde ich sehr cool. 600 Marken sind aber tatsächlich ziemlich viele. Ich habe nur 800. Dann haben wir hier ein Assemble mit einem sehr cool aussehenden Schild. Und ja. Die Robe ist okay. Aber das Schild macht echt was her, muss ich sagen. Das glänzt auch relativ nice. Dann was haben wir noch? Wir können mal hier die Rüstung ausblenden. Einen Speer für den Hunter. Einen Bogen. Und was ist das? Eine Schusswaffe, oder? Finde ich okay. Aber er reißt mich jetzt nicht vom Hocker. Dann haben wir für den Ruf einen Stab. Eine Schildhand. Und ein Schwert. Dann haben wir hier einmal für den Schamanen ein Kopf und Schulterteil. Beziehungsweise ein Gürtel ist auch dabei. Macht schon was her. Erinnert mich so ein bisschen an die Zandalari, muss ich sagen. Wobei hier steht schon Unheil des Vollstreckers von Krakwa. Krakwa war, glaube ich, der Froschloher, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Dann haben wir drei Magierteile. Die habe ich mir vorhin schon mal geguckt. Dieses Schwert sieht sehr nice aus. Also, wenn ich was für T-Mock kaufen wollen würde, dann wäre es tatsächlich das Schwert. Und es gibt noch zwei weitere Sachen. Den Stab, den ich auch nice finde. Und das letzte Item ist eine Schildhand. Die sieht ganz so cool aus, soweit. Aber die ersten beiden, die finde ich richtig nice, tatsächlich. Wenn es nicht 500 Marken kosten wird, ne? Dann haben wir einen Schild für einen Schamanen. Eine Axt und eine Faustwaffe. Finde ich okay, aber reißt mich jetzt nicht vom Hocker. Dann haben wir nochmal was für einen Magi. Hier das mit den Kugeln. Erinnert mich ein bisschen an Keltas. Sieht auch relativ cool aus. Also, diesen Monat gibt es coole Sachen für einen Magier. Definitiv. Dann haben wir hier noch einen Helm für einen Rufer. Ist wieder ganz okay. Okay, dann für einen Hunter, Helm, Schulter, Gürtel. Dann haben wir einen Streitkolben. Den kann anscheinend jeder tragen. Und, uh, mit einem Donnerblitzeffekt drauf. Das ist tatsächlich sick, das Teil. Weißt du, die bauen schon echt viele coole T-Mocks hier rein. Okay, es kommt noch wesentlich mehr. Dann haben wir noch einen Schwert. Ja, ist okay, würde ich sagen. Der Helm sieht tatsächlich ziemlich cool aus. Ist aber ohne Platte. Dann eine Halskette. Sieht ein bisschen nach einem Monk aus. Ah, Klingenmeister. Genau, das dachte ich mir. Das hat diese Warcraft 3-Vibes. Dann haben wir einen ganz normalen Kopf. Okay. Einen roten Rock. Ja gut, muss es auch geben. Dann einen Wappenrock. Einen weißen. Dann gibt es einen grünen Rock. So Lederschuhe, wie das aussieht. Und dann kommen schon die Items, die wir uns gekauft haben. Ich finde gut, dass die hier das jetzt ein bisschen aufgeteilt haben. Und zwar gibt es jetzt quasi eine Sektion für zurückgekehrte Items. Man weiß, die waren schon mal hier Handelsposten. Und jetzt sind die nochmal drin. Ja. Also wir haben jetzt hier quasi einmal ein Umhang-Set. Das sind zwei Items tatsächlich. Einen Kopf und einen Umhang. Wie ihr seht, in weiß. Dann nur einen Umhang. Wobei. Wie wird das irgendwie zusammen? Weil mein Addon sagt mir, dass das zwei Sachen sind. Der Schal ist nochmal extra. Der gehört anscheinend nicht mit zum Umhang. Ah ja, okay. Und dann gibt es nochmal Handschuhe. Das ist dann tatsächlich ein Item. Genau. Und was schon drin war, ist quasi dasselbe hier nochmal in rot. Das wir eben gesehen haben. Ein Pet, dieser Ogre. Den gab es aber irgendwo schon mal. Und ja, die Handschuhe auch nochmal in rot. Gut. Genau. Das war es soweit. Ich bin fast überlegen, ob ich jetzt eins von denen kaufe. Das ist nämlich relativ gute Quote für 100 Punkte, zwei T-Mock. Aber ich habe nur noch 800 Marken. Und ich versuche bei Möglichkeit immer knapp 1000 mitzunehmen, falls dann mehrere Sachen im nächsten Monat kommen, die ich kaufen will. Also Mounts, Pets, Toys, die halt für mich gut Punkte bringen. Gut. Das war es eigentlich, was drin war. Ich glaube, ich werde es dabei belassen. Ich hatte auch sehr gerne diese Magier-Items, aber die kosten tatsächlich zu viel. Und wenn ich dann nächsten Monat ein Mount nicht kriege, das wäre mir schon arg. Genau. Deswegen lassen wir da die Finger von. Aber ja. Gut. Dann sind wir einmal durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr genommen habt. Vielleicht habt ihr ja das coole Magier-Schwert gekauft. Oder diesen Hammer, den ich auch nicht schlecht fand. Und ja. Dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tillar. Bis dahin. Ciao.